Oh mein Gott, der Dieb wird richtig zerstört, ne? Oh Harmony Oh mein Gott Hallo Leute, das ist wieder eine weitere Runde Hide and Seek Oh mein Gott, das ist meine 1 Mio. Punkt Runde und es geht in zwei Sekunden los Es sind ganz viele tolle Leute dabei Allerdings nur drei davon MTS und zwar sind da zum einen die Anna Hollow Zum anderen der Max hallo und dann ist noch dabei die simona ja simon kommt aus england deswegen aber sie man ist recht gut in englisch und deswegen ja das geht es das mal zeigen wie gut in englisch okay ich weiß ehrlich gesagt nicht was ich hier wirklich machen soll also ich brauche ich brauche 123 punkte und deswegen sollte ich jetzt vielleicht nicht unbedingt gleich am anfang sterben ist jetzt vielleicht nicht so das was ich ich bin mir noch einen schweiß account ich glaube ich bin ich auch ich weiß jetzt irgendwie nicht so was ich machen soll das muss irgendwas lustiges sein ich glaube ich ziehe mit meiner hand komm her du das ist nicht das abkampf bohren lass ihn mit dem schwert gehen gleich ich habe hier eingeblieben ich sehe fabian ist hinter mir xl fabian xl den kriegen wir oder wo seid ihr hier ist einfach ein mikrofon fliegt ich raste weg und der typ gilt mich ich bin ich kann das wort kommen zurückgelegt die oder okay sie bin beim sparen ist eine schugbox kann ja auch lassen lassen töd mein kopf ok ja ich habe einen erwärts ich soll vielleicht jetzt einfach alle sind übrigens in game auch ganz 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 viele tolle leute dabei jetzt gar nicht allem genanny ist dabei überhaupt der beste gespielt den ich kenne dann haben wir noch wenig aber noch dabei war das war's ne ich denke 16 ein mega guter seeker topaz cherry aus israel sie ist eine jüdin die nett ist mit maddie ist ja dabei das war das so episch mit ihrem tss sie hatte einfach wir waren einmal mit ihrem tss und sie hat einfach so ein richtig lauten air conditioner also so ein ganz 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 lauten ventilator mal einfach null verstanden und dann noch auf englisch das ging gar nicht ich glaube das war ihr mikro einfach ne aber der wenn ich laut bei junge die hat da die blowen da ganz schön in israel jemand stirbt einfach einmal habe ich so gefragt was sie an hat und sie meinte so ja nicht viel ist ja heiß und ich so egal auf jeden fall jmg dragon chicken ist dabei die ist auch ganz mega toll die kommt aus texas und das extra von der schule nach hause gelaufen und hat geschwänzt nur um hier zu sein wirklich so als sie hat also ich glaube nicht dass sie geschwänzt hat aber sie ist nach hause gelaufen und sie meinte ganz jetzt erst meine coke weil die heiß ist ja nämlich auch heiß aber ich habe mich so schlecht versteckt versteckt mit f ok und mich findet trotzdem keiner miese zeiten er seht ihr dass der mein kopf der ist die ganze zeit stirbt ja lasst ihn doch nicht ja nein und zwei sieger kills 50 wo sind die alle natürlich am spawnen und nix los also den mein kopf ersten fahren mich die ganze zeit ab und er ist können wir uns doch ja jetzt die sie ab in den games auch hier doch kein ich wollte niemand nix die die alle die hexer 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 ja schade ich die siegern die herumstehende 80 gaben sind die alle ja also mein kopf der ist die hole ich mir jetzt wieder und noch ein augen wo noch ein max ja auf fahrzeugen auf mich auch scheiß man geht es kurz sorry ja passend auf der ist habe ich kommt die sind zu berti kriegen mich nicht ja ich gehe auf dich ja so jojo das sind zu trüben und die ten hat oh mein gott ich ten hat ihn einfach ja pass auf hinter das glaube ich ja dann dieser hat ich mir noch ja so nein oder es ist weil viel spaß magst und hier ist ja immer zu gestürzt du bist du kommst du kommst vor allem warte warte ich kann helfen ich boxe alle zurück ich hab dir nein denn jetzt von hier was sie mal und ja wo nein ich bin im block hängen geblieben sechs herzen scheiße Ein Zero Windows muss nicht bleiben. Oh mein Gott. Willow bist du? Ich bin auf zwei Herzen gerade. Okay. Warte, die sehe ich nicht, glaube ich. Ich ohne die noch mal von hinten so ein bisschen. So wie deine Mutter dann fach. Oder so, keine Ahne. Komm her. Oh ja. Das war ja nicht mein Crit. Oh ja. Hauptsache, die sind so behindert. Na, hier steht ne Jukebox so richtig öffsichtlicher geht's einfach nicht. Nee, freu ich mir auch die ganze Zeit. Und die gönnen sich die einfach nicht. Oh ja, okay. Die, die 1 million Punkte. Ja, hoffe ich doch mal. Records, Captain Eric. Ja, du hast die 1 million Punkte. Ja, du hast die 1 million Punkte. Gewee, gewee. Oh, danke. Ich würde sagen, ich rechern einfach noch mal in die Lobby. Gucken wir mal 1 million Punkte in der Lobby an. Scheiß Glitcher, ne? Ohne Witz. Hat er nicht verdient. Ja, geil. Ich glitcher normalerweise nur. Oh, rechern. Wir haben wieder im Lobby 69. Hallo Simon. Hallo Steve. Hallo. Na? Ich mag ein Skin haben. Er hat eigentlich so ein 8 Z-Scan. Also müsste ich so ein... Was ist das eigentlich? Sieht man, dass ich lege? Sieht man, dass ich lege? Hallo? Etwas? Nein, eigentlich. In welchem Lobby seid ihr? 69. 69. Das ist lecker wie Scheiße. Was jetzt geht? Ähm. Ähm. Was schreibe ich denn mal? Ich habe einfach ein Herzchen. Oh. 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 Ich bin jetzt einfach so schwul, ne? Zeig dir deine Punkte. Naja. Wenn ich noch gemacht habe. Ja, doch. Mach mal auf. Schreib mal irgendwas. Anna muss jetzt auch mal angeben. Mit ihren... Ja. Pas posten, mit ihren 2 Punkten. Mit den 2,7 Punkten oder so. Ok. Ah. Oh. Genani der coole schwule Typ. Er hatte immer so einen pinken Skin, den wollte ich euch eigentlich mal zeigen. Aber jetzt ist es ein Dinosaurier und sowieso ein Steve. Das ist natürlich nicht so geil. Ich weiß, wie spielen wir noch eine Runde? Ja. Also ist das ein bisschen kurz. Ich würde sagen, ja, wir spielen noch eine Runde. Okay. Ja, another round. Wer das liest, ist... Okay. Oh Mann, jetzt habe ich das Lesen verlernt. Shit. Ich würde mir das eigentlich echt durchlesen, aber... Oh Mann. Aber schade. Jetzt wird es ja irgendwie warten, bis ein paar Leute drin sind. Ich würde sagen, ich cutte es uns einfach, bis die Runde losgeht. Und... Wer vergisst das, ey? Wer vergisst das, ey? Schnauze, Max. Das ist so peinlich, wenn du es vergessen hast. Ich würde es so auslachen. Das wäre echt richtig peinlich. Ich würde es echt auslachen. Hallo. 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 Hallo, ihr Minecraft-Freunde ungeheuer guten Geil. Ja, lass uns das umbringen. Ja, okay, lass uns umbringen. Wo denn? Ja, hier haben es... Da ist es maggefährdete Leute heutzutage. Wir versuchen ihn zu wracken noch. Oh mein Gott, wir werden ihn einfach richtig zerstören, Alter. Guck dir die Armee hier an. Der hat verloren. Wer auch immer Sieker ist, ist wahrscheinlich eh Anna. Wir werden sie einfach richtig zerstören. Und Simon ist gar nicht mehr. Ja, da drückt wir wieder. Oh, Simon, hallo, wir nehmen auf. Simon, hallo. Ja. Hello, guys. It is Simon hier. Nein, nein. Nein, nein. Ich weiß, ich darf wieder an. Ich hatte die Augen, aber er denkt dran. Ja, ich weiß es ja. Oh mein Gott, der Typ wird richtig zerstört, ne? Oh, jo. Alter, jo. Alter, jo. Oh mein Gott. Ich bin fast tot. Ich bin fast tot. Es wird eh keiner sterben. Oh. Doch, ich sterbe gleich. Wann ich noch einmal? Er geht einfach weg, er geht einfach weg. Oh nein, ich bin auch tot. Er wird richtig zernommen, ne? Oh mein Gott. Jetzt dann nehme ich ihn noch. Echt? Habt ihr noch ein Zehn nehmen, ja? Oh Gott. Wie dann liebt du noch? Warte, ich gehe da oben drauf, dann kann ich ihn da und hinten. Oh, ich bin gestorben. Oh Mann, jetzt sterben langsam alle. Ich werde mich einfach in irgendeine Ecke verstecken. Oh mein Gott. Ich verstehe mich, ich verstehe mich, ich verstehe mich, ich verstehe mich. Lass mal irgendwo verstecken. Ähm. Oh Erik, Alter. Nicht für mich. Werden mich findet keiner. Ich brauche irgendein gutes Versteck. Ich weiß nicht, wohin. Nein, wir holen uns die jetzt einfach alle. Nein, nein, bitte nicht. Nein, nein, bitte nicht. Oh Martin. Oh, hier ist ein Block. Oh, töten. Da sind viele Blöcke. Das eh Janani. Oh ne, Thomas Troll. Er ist Janini tot. Oh, tot ist jetzt auch gestorben. Janani stirbt. Naja, er ist so gut in SG. Ja, Janani. Janani. Janani ist ein SG-Spieler. Hab ich schon erzählt. Von MCSG. Oh, er ist tot. Von MCSG. Und er hat sich, er hat seit ungefähr drei Monaten nicht mehr gespielt. Außer jetzt seit einer Woche ungefähr wieder. Aber nur echt wenig, irgendwie fünf Spieler am Tag oder so. Und er hat sich zwei Finger an der linken Hand gebrochen und hat mich trotzdem hineinhärtet. Ja, das ist so schlecht. Genug. Ja, ich weiß, ich bin der Bärmlich. Ich sollte aufhören. Ich bin der Heidel-Sieg. Ich komme jetzt, ob sie die haben. Oh, Psyrian stimmt. Oh, easy. Drei Heider einfach noch. Sonst läuft richtig. Ey, wenn man den Fenstlitch macht, dann legt man einfach, ne? Bleibt den Boden so stecken. Ehrlich? Ja. Wer macht ne bitte Fenstlitch? Ja, keine Ahnung. Ah, hast du grad, hast du gesagt, du glitcht? Nein, du hast das gehört. Ey, ihr redest du mal nicht. Mach mal deine Magistre. Mach mal deine Magistre. Ja, okay, dies. Ich war alles. Ich war alles. Amazur war aufgefallen. War scheinlich. War scheinlich. War scheinlich. War scheinlich. Noch ein Heider. Oh mein Gott, die Runde ging schnell. Ich hab ihn. Er glitscht. Er glitscht einfach. Er glitscht. Er glitscht. Also er glitscht in der Wand noch. Easy. Easy. Oh mein Gott, ging die Runde schnell. Ja, Leute. Ich hoffe, euch hat das gefallen. Das Video war jetzt irgendwie ein bisschen mehr als behindert. Aber kann ich ja nichts für. Auf jeden Fall eine Million Punkte. Und ihr kennt das Spielchen. Jetzt müsst ihr irgendwas in die Kommentare schreiben. Und das Ding ist, ich hab heute drei Gäste. Das bedeutet, ihr sagt bitte alle ein Wort. Und das wird dann irgendwie zusammengebaut. Oh Mann. Ich würde sagen, Ladies first. Also Simon. Was? Als erstes? Gott, keine Ahnung. Nein, ähm. Gott, keine Ahnung. Okay. Sag irgendwas. Okay. Er kam jetzt nicht mit irgendwelchen versauten... Ich hab ein gutes. Ja? Fang du an. Schlagobers. 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 Ja. Das ist das österreichische Wort für... Schlagsahne. Schlagsahne, genau. Ja. Okay. Oh Mann. Simon und Max, was habt ihr so am Start? Okay, Banane. Banane? Okay. Ja, ich hätte für Anna jetzt Klopapier gesagt. Ja, okay. Äh, jetzt willst du die Reihenfolge irgendwie festlegen. Klopapier, Bananen, Schlagobers, Schlagobers, Bananen, Klopapier. Egal. Könntest du nicht aussuchen. Egal. Süchtestes einfach aus. Baut das irgendwie zusammen. Also Schlagobers, ähm, Bananen, oder Bananen... Obeas. 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 Und Klopapier. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns bei einer weiteren Runde von irgendwas. Hoffentlich nicht halt in Sie, weil das Spiel scheiße ist. Das entspricht so viel. Und ja, bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein und tschau tschau. 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 Jetzt haben wir alles gesagt. Gey. Ich hab Bullet German gemacht. Ja,轉 Simon auch? Okay. Ja. Um. Bis zum nächsten Mal.